Na, man fängt dieses Spiel von Metro an. Um uns herum sind ständig so wunderschöne Dinge und wir nehmen es gar nicht wahr. Ich muss den Anker dichten. Okay, guten Job. Bestes Mal. Ich habe Suku vorhin ein paar Gemüsestückchen reingetan und anstatt, dass er jetzt seinen Fenchel brav auf ist, weil Fenchel gesund ist, hat er hier angefangen, den Fenchel zu zerschreddern. Das heißt, er hat einfach angefangen, hier dran zu knabbern und die Schnipsel von dem Fenchel überall liegen zu lassen. Ist es dein Ernst? Ich habe gerade an das Lied Love Will Tears Apart von Joy Division gedacht. Vielleicht weiß ich jetzt, was es bedeutet, aber ich kann es nur vermuten. Das Universum erfährt sich selbst gerne. Eben Dualität als auch Non-Dualität, eben Einheit. Heißt, man kann ja auch, ja, keine Ahnung, sowohl Non-Dual sein als auch Dual. Und, ähm, keine Ahnung, ich bin gerade ziemlich geflasht darüber. Also, ähm, dann kam mir auch, äh, zu Rauschkunde das Video, der meinte ja, dass irgendwie bestimmte Dinge so verschiedene Schwingungen haben. Ich würde aber auch sagen, dass es gleichzeitig keine Schwingungen hat. Ähm, weil ich hatte mal so ein Erlebnis, da habe ich ja dieses Emotionssurfing immer mehr gemacht. Und dann war es immer mehr so, dass ich immer weniger so das Gefühl hatte, irgendwelche Ausschläge in irgendeine Richtung zu haben. Also, wie so eine Welle jetzt. Ähm, sowohl jetzt irgendwie in eine negative Richtung als auch jetzt in eine positive Richtung, wenn man es mal bewertet. Und, ähm, genau, wenn man eben zulässt, nichts zu sein oder zu sterben, dann ist da eben kein Ausschlag mehr. Ja, und, ähm, das ist eben dieser Punkt von dieser Einheit. Das heißt, in diesem Punkt, wo alles eins ist, da ist keine Welle oder keine Schwingung. Gleichzeitig, also obwohl jetzt alles hier in der Welt irgendwie auch dual ist, ist da aber immer überall auch eine Welle. Also irgendwie stimmt beides. Und, ähm, genau, man kann auch innerlich, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, eben dann zulassen, gleichzeitig alles zu sein und nichts zu sein. Ähm, ich würde auch sagen, selbst in diesem McDonalds Burger, was ich in seinem Video da erwähnt habe, steckt Liebe. Und das sage ich, obwohl ich eigentlich, ähm, kein Fleisch esse oder, ähm, selber Umweltschützerin bin. Also, selbst im Hass steckt Liebe. Selbst in dem Schlag, ähm, steckt Liebe. Also wirklich in allem, was ist. Ähm, ähm, ähm. Und ich denke, also was die Ernährung angeht, ich weiß nicht, also, gesunde Ernährung ja, Aber nicht auf eine Art und Weise, dass man dann auf einer Seite haftet. Also ich würde es so auf so eine ausbalancierte Seite machen. Weil sonst ist es ja wieder, dass man nur auf einer Dualität ist. Und wenn man das macht, ist man ja ziemlich im Ego. Heißt, man macht das so auf eine lockere Art und Weise. Sodass es am meisten Selbstliebe ist. Also man gönnt sich auch immer wieder was. Und kann auch die Sachen essen, die Rauschkunde jetzt irgendwie als niederfrequentig bezeichnet hat. Weil wenn man nur auf dieser einen Polarität ist, kann man die Erleuchtung nicht aufrechterhalten. Der Fluss wurde befreit. Normalerweise ist das Wasser fast zwei Meter tiefer. Und wenn es so weiter geht, dann gibt es die erste Überschwemmung, die ich jetzt hier in dem Ort miterlebe. Seit ich hergezogen bin. Also ich lebe jetzt zweieinhalb Jahre hier in dem Ort. Seit ich meine erste eigene Wohnung habe. Ein Teil von mir fände es auch irgendwie lustig. Auch wenn natürlich dadurch ein bisschen Schaden entsteht und so. Aber ich würde gerne in so ein Schlauchboot durch die Innenstadt fahren. Ich finde die Vorstellung voll lustig. Letztens hatte ich wieder eine Schwankung. Wo dann kurz auch die Verbindung gar nicht mehr da war. Das lag einfach noch daran, dass ich auch in der Beziehung mit meinem Freund noch ein bisschen was verarbeiten musste. Was mir geholfen hat, war einfach, dass ich jetzt wegen ihm meinen Zustand nicht mehr runterschraube. Ich mache einfach mal. Genau. Und dass ich jetzt einfach selbstständig alles verarbeite. Und wenn er halt einfach länger braucht, dann braucht er länger. Und ich wollte das eigentlich so alles gemeinsam mit ihm auch irgendwie machen. Aber das dauert mir irgendwie auch zu lange. Deswegen mache ich das einfach selber. Ja. Und ich habe jetzt einfach gestern Nacht nur eine Stunde geschlafen, weil ich so halt durch Liebe durchflutet wurde. Weil durch das Verarbeiten bin ich eben wieder wieder mehr so in diesen Zustand reingekommen. Ja. Aber ich fühle mich dennoch fit. Aber ich merke, dass der Körper eben weniger Kraft hat. Und ich habe jetzt das Gegenteil von einem Drohbrief. Und ich habe so eine Figur gekauft. Und die Zeitungspapier-Dinger, wo mir das zufällig verpackt war, passen einfach perfekt für andere Menschen. Bei mir ist gerade die Transzendenz wieder so stark, dass ich keinen Hunger habe. Also ich bin jetzt seit nicht ganz drei Stunden wach. Aber es ist schon 13 Uhr. Und mein Magen knurrt nicht. Ich werde aber nachher noch was essen. Also ich kann verstehen, wie Leute darauf kommen, dass es sowas wie ein Licht Nahrung gibt oder dass man irgendwie von Luft und Liebe lebt. Aber wenn man das halt irgendwie versucht, die ganze Zeit zu machen, tut man halt wieder auf einer Dualität haften. Also ich finde so gelegentlich kann Heilfasten, glaube ich, schon was Gutes sein. Aber wenn man das dann irgendwie die ganze Zeit macht, ist man eben nicht im Balance und eben nicht im Gleichgewicht. Und hat eben nicht diesen Weg der goldenen Mitte dem Buddha gewählt hat. Ja, was wollte ich sonst noch so sagen? Ich kriege es mittlerweile hin, dass es mir auch gut geht. Selbst wenn gerade nicht so krass viel Liebe durch mich fließt. Weil ich finde, am Anfang ist man da noch so ein bisschen abhängig davon, dass da jetzt so die ganzen Glückshormone durch einen durchgestoßen werden. Und keine Ahnung. Aber vorhin war es dann zum Beispiel einen Tick schwächer. Also das schwankt ja bei mir immer noch, wie er hackt das ist. Das war, glaube ich, auch normal. Und keine Ahnung. Es war aber irgendwie dennoch okay. Ich war dennoch irgendwie einfach zufrieden. Und ja, das Gute ist, wenn ich gerade nicht so wie auf MDMA dann bin. Ja, dann ist es auch ein bisschen praktischer so für den Alltag, wenn man jetzt irgendwie was machen muss. Das mache ich dann eben nicht. Er kommt halt verstrahlt durch die Gegenlauf und dann irgendwie auch Kommunikation. Ja. Ein bisschen menschlicher wird wieder. Ähm, ja. 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 Okay. Okay. Letztens habe ich mir jetzt auch so ein Duftöl gekauft von Primavera, das heißt Träum süß, damit ich auch zu Hause so ein bisschen Aromatherapie machen kann, jetzt mal abgesehen von den Räucherstäbchen und so. Also ich habe irgendwo noch so ein Rosenöl rumliegen, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo ich das hingetan habe, das muss ich auch noch suchen. Ja, gestern kam mir auch, dass mir eigentlich auch das Konzept Technik und das Konzept Natur miteinander vereinen kann und dann habe ich eine Bananenschale auf ein Zahnrad gelegt. Und mit Energieübertragung, dazu habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich das in letzter Zeit auch mal wieder noch so ein bisschen geübt habe. Ja, zum Beispiel mit meinen Mäusis oder so. Tiere haben auch ein Ego, würde ich sagen, und können ja auch psychisch krank werden, zum Beispiel ein Trauma haben oder Depression. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, da kann weniger schief gehen, als wenn ich das jetzt einfach so einem Menschen mache. Und deswegen übe ich lieber mit meinen Mäusis erst mal. Ja, ich habe aber zum Beispiel gestern das auch bei der Gepardin gemacht, auch mit ihr geredet und so und ihr ging es dann auch ein bisschen besser. Genau, und ich habe mir Gedanken gemacht, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und ich kam tatsächlich auch zu der Erkenntnis, dass man das wirklich mit allem machen kann, egal wie weit entfernt es ist. Also man muss dafür die Person nicht mal berühren oder so. Ich glaube, es ist aber für das eigene Ego leichter, wenn man da irgendwie die Hand auflegt oder so. Aber eigentlich ist es völlig wurscht, weil eigentlich eh alles eins ist. Genau, und ich glaube, das Ganze funktioniert eigentlich auch durch Einheit. Also beide legen eigentlich dann nur den Fokus darauf, dass es eigentlich alles miteinander verbunden ist und spüren das eben dann. Ja, und ich glaube, das ist so der ganze Trick eigentlich dahinter. Genau, ich habe mich auch mal gefragt, ob man theoretisch so alles Mögliche eigentlich wissen kann, wenn man sich mit irgendwas verbindet. Also auch Sachen, die man jetzt zum Beispiel momentan nicht sieht, die an einem anderen Ort sind oder so. Ich meine, oder andere Zeit, aber es ist ja dennoch eins. Und es kann auf jeden Fall sein, dass man irgendwie Vorausahnungen, glaube ich, haben kann. Das weiß man aber meistens eh erst im Nachhinein. Es ist aber so, ich glaube, der Mensch packt es gar nicht, alles zu wissen. Und auch das die ganze Zeit irgendwie machen zu können, weil, ey, ich denke, das ist super anstrengend. Man braucht da einfach auch so eine gewisse Balance. Also ich meine, allein schon der Körper würde das nicht verkraften. Ähm. Also ich habe keine Ahnung, ob sowas funktioniert. Aber theoretisch wäre es auf jeden Fall möglich. Ähm. Indem man eben diese Einheit fühlt. Ich weiß es nicht. Ähm. Was ist mir sonst noch so eingefallen? Ich hatte gerade eben was im Kopf, aber ich hatte es vergessen. War es wohl nicht so wichtig. Ich gehe gerade ein bisschen spazieren. Habe ich den Dinger aufgemacht? Ja. Hö. Ähm. Ich glaube, man sieht eh nichts, aber egal. Genau, mein Freund, das ist gerade wieder ein bisschen viel. Aber wir haben mittlerweile einen besseren Weg gefunden, damit umzugehen. Ähm. Genau, ich habe Ihnen nämlich erzählt, dass momentan, eigentlich so gut wie immer, wenn ich momentan einkaufen gehe, entweder irgendein elektronisches Gerät nicht tut, wie die Kasse oder keine Ahnung, oder dass irgendein Mensch dann irgendwas verschüsselt, zum Beispiel, dass dann irgendwas runterfällt oder irgendwie, weiß nicht, man merkt irgendwie, dass die dann irgendwie so, so, eher zittrige Enten herbekommen oder, keine Ahnung, ohnehin stolpern oder letztens ist eine Radfahrerin dann irgendwie umgeschlittert und dann umgefallen. Aber dann habe ich ihr geholfen. Ähm. Genau. Und das habe ich ihm eben gesagt und das war eben auch gerade eben passiert, als wir beim Aldi waren und es war ihm dann halt zu viel, aber ich habe ihm halt gesagt, dass das eben nicht mein Ego ist, was das macht. Ähm. Es hat eigentlich absolut gar nichts mit meinem Ego zu tun. Und, äh, genau, wenn man sowas erlebt, äh, oder auch Synchronicitäten, keine Ahnung, ich freue mich einfach drüber. Aber einfach nur wahrnehmen und beobachten, wie man das ja auch beim Meditieren sagt und eben nicht bewerten. Also ich genieße es dann einfach, was es da ist. Ich freue mich über das Leben und über das Universum. Ähm, genau, dann sind wir weitergelaufen und dann ist halt schon wieder sowas passiert und ich habe es halt direkt ausgequasselt, weil ich manchmal einfach direkt rede, ohne dass da vorher irgendwas mit Denken da ist. Also, keine Ahnung, laut denken, keine Ahnung, wie man es nennt, laut träumen. Ähm, und, genau, er stand dann an der Brücke, genau an der Stelle, wo ich letztens gefilmt habe und gesagt habe, dass der Fluss jetzt frei ist. Ähm, und er hat gesagt, also er wusste nicht, dass ich das gesagt habe und er hat auch nicht die Aufnahme gesehen, ähm, befreit den Fluss, also hat wieder Herr der Ringe zitiert und, ähm, dass der Fluss eben jetzt befreit wurde. Und er stand eben genau an derselben Stelle, wo ich das gefilmt habe. Ähm, ich bin eigentlich froh, dass es die Technik gibt. Ähm, auch wenn es zuerst, wenn irgendwie was entsteht, manchmal auch zuerst so ein Ungleichgewicht kommen kann. Aber das Gute daran ist, ist, dass man dadurch die Erleuchtung eben beweisen kann. Und, ähm, ich, keine Ahnung, solche, solche krassen Dinge eben irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise beweisen kann. Also, das ist ja irgendwie auch so eins meiner Lebensziele. Ähm, ich weiß nicht, ich fände es lustig, mich mal auch irgendwie, man kann auch so Gehirnscans machen oder so, dass man mich da irgendwie mal anschließt oder, keine Ahnung, dass man irgendwie filmt, während ich irgendwie irgendwie, dass irgendwelche krassen Dinge dann währenddessen gerade passieren oder ich weiß nicht. Ich denke, es ist sicherlich irgendwie möglich. Ähm, ich bin einfach dankbar, dass es das mittlerweile gibt. Ich fände es voll toll, wenn so die Anzahl der erleuchteten Menschen immer weiter zunimmt. Ich meine, ich hatte ja noch letztens irgendwie so noch so vermutet, dass sich hier so eine erleuchtete Person auf 10.000 kommt. Oder dass sie zumindest schon mal so eine Erfahrung hatte. Das sind weitaus mehr. Ich lag da voll falsch. Ähm, genau. Und ich fände es voll schön, äh, ich weiß nicht. Mein Ego ist eher so antikapitalistisch, obwohl ich auf irgendeinem Punkt auch zugelassen habe, äh, tatsächlich rechts zu sein. Also sowohl links als auch rechts sein, als auch Mitte. Ähm, aber ich fände es auf jeden Fall schön, wenn es dann irgendwie möglich wäre, so eine Art Weltreproduktion zu haben. Aber auf eine friedliche Art und Weise. Äh, muss dann irgendwie, äh, weiß nicht. Und in so einer Art Anarchie tatsächlich lebt. Aber dass das Ganze dann tatsächlich funktioniert, weil die Leute eben im richtigen Bewusstseinszustand sind. Sodass eben kein Deutscher mehr irgendwie jetzt Pfandflaschen sammeln muss. Aber auch kein Kind in Afrika mehr hungert. Und, ähm, keine Ahnung. Also, ich würde es am liebsten... Ich meine, es ist eh schon... Ich meine, Hongkong und so weiter. Aber, weiß nicht. Also, ich habe auf jeden Fall schon so eine politische Ader. Das hat schon in meiner Pubertät angefangen und so. Ähm, aber ich weiß halt, wenn ich irgendwie sowas anführen würde, setze ich mich auch ein gewisses Risiko aus. Ähm, und, äh, je mehr ich das mache, umso anstrengender ist auch die Aufrechterhaltung. Ähm, ich meine jetzt allein, äh, dass ich immer wieder auch so von meinem Umfeld, keine Ahnung, so ein bisschen auch die Leute heil. Weil, merke ich auch, wenn ich das die ganze Zeit mache, kriege ich nicht hin. Ich brauche immer auch meine Päuschen und so. Ähm, ich glaube, Revolution kann ein ziemlicher Fulltime-Job sein. Oder auch psychedelische Revolution. Und, ähm, aber nicht nur psychedelisch, aber auch. Äh, keine Ahnung. Ähm, ich finde, ich bräuchte auch noch einen höheren Wissensstand als jetzt. Also, ich würde sagen, ich kenne mich überdurchschnittlich gut mit Politik und Geschichte aus, aber ich weiß halt nicht alles und so. Kann man ja auch als Mensch gar nicht. Und, ähm, keine Ahnung. Also, mein Freund ist, äh, was Geschichte und Politik angeht, auf einem höheren Wissensstand als ich. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Geschichte, äh, im Abitur, also ich habe da nicht Abi geschrieben, aber im Endschnitt, glaube ich, besser als ein 1,0 war. Ähm, er hat jetzt zwar kein Abi gemacht, aber, ja, Schulsystem. Ähm, nee, keine Ahnung. Also, ich finde, ich müsste dafür noch einiges dazulernen, ähm, damit ich sowas machen könnte. Und, äh, ich denke, Fans an sich auch okay, wenn es weiterhin Geld gibt. Meinetwegen auch eine gewisse Ungleichheit. Aber ich mag halt nicht, dass es diesen ganzen Lobbyismus gibt und, äh, Konzerne so eine große Macht haben. Ähm, ich meine, ich empfinde irgendwie schon, selbst für ein Kapitalismus Liebe, aber ich bevorzuge einfach so, ja, basisdemokratische Sachen. Ähm, ja, vielleicht ist es auch möglich, ähm, mit der Hilfe vom Internet sowas durchzusetzen. Und, ähm, keine Ahnung, dass es dadurch dann irgendwie auch so irgendwie möglich ist, dass man da irgendwie wählt und so weiter. Oder irgendwelche Abstimmungen über irgendwas macht. Und dass jeder sich dann, wer sich dafür interessiert, dann bei irgendeinem Entscheid dabei sein kann, über das Internet halt. Und legt man halt an, dafür oder dagegen. Und, ähm, Was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Also ich denke, sowas würde an sich schon funktionieren. Hm. Ich denke aber halt, es gibt halt gewisse Leute, die sich gegen sowas wehren würden, dass sowas umgesetzt wird, weil sie dann eben, ja, auch nicht mehr so ihre vorhandenen Machtstrukturen aufrechterhalten können. Ich denke, es gibt halt gewisse Leute, die sich gegen sowas umgesetzt wird, weil sie sich gegen sowas umgesetzt wird, weil sie sich gegen sowas umgesetzt wird. Soll ich kommen, Kevin? Ähm, ich würde kommen, das kann er vorne griffen, sehr gut. Das war, war die falsche Richtung. Tut mir leid. Masa Yi wird noch nie sein, Vorsicht. Das war, war die falsche Richtung. Vielen Dank.